Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Landtag hat den Gesetzentwurf der Landesregierung auf Ausschussdrucksache 6-1209 in der 28. Sitzung am 24. Oktober 2012 beraten und federführend an den Bildungsausschuss sowie mitberatend an den Innenausschuss, den Finanzausschuss, an den Wirtschaftsausschuss sowie den Sozialausschuss überwiesen. In der 19. Sitzung am 6. November und in der 23. Sitzung am 21. November 2012 wurde der Gesetzentwurf im Bildungsausschuss abschließend beraten. Begründet wurde der Handlungsbedarf zur Bewertung und Anerkennung im Ausland erworbener Qualifikationen durch die Landesregierung mit der Dringlichkeit, die wirtschaftliche Einbindung von Fachkräften mit Auslandsqualifikationen maßgeblich zu verbessern und die Integration von im Land lebenden Migrantinnen und Migranten in den deutschen Arbeitsmarkt zu fördern. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und der sich abzeichnenden Fachkräftemangels müssten die im Inland vorhandenen Qualifikationspotenziale künftig besser genutzt werden und im Ausland erworbene berufliche Qualifikationen gezielter für den deutschen Arbeitsmarkt aktiviert werden. Viele Deutsche und nach Deutschland Zugewanderte hätten in anderen Ländern berufliche Qualifikationen und Abschlüsse erworben. Diese könnten sie auf dem deutschen Arbeitsmarkt oft nicht angemessen nutzen, weil Bewertungsverfahren und Bewertungsmaßstäbe fehlten. Die Verfahren zur Bewertung und Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen sollen ausgeweitet, vereinfacht und verbessert werden. Damit sei ein entscheidender Schritt zur nachzuholenden Integration von bereits in Deutschland lebenden Migrantinnen und Migranten und zur Eingliederung von qualifizierten Neuzuwanderinnen und Neuzuwanderern in den deutschen Arbeitsmarkt getan. Insgesamt werde so die Attraktivität Deutschlands für qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland erhöht und die Position der deutschen Wirtschaft im zunehmenden internationalen Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte gestärkt. Ich komme nun zu den Ergebnissen der Beratung im Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Innerhalb der Beratung zeichnete sich eine klare Linie ab. Insgesamt wurde der Vorstoß der Landesregierung von allen demokratischen Fraktionen im Grundsatz begrüßt. Mit dem Gesetz würden Voraussetzungen geschaffen, Qualifikationen unabhängig von Nationalitäten anzuerkennen. Bislang hätten innerhalb der Europäischen Union sehr unterschiedliche Regelungen bestanden. Es müsse für alle Beteiligten über einheitliche Regelungen Verfahrenssicherheit festgestellt werden. Im Verfahren der Umsetzung und Anwendung allerdings wurden von den Fraktionen Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen Änderungsbedarfe angemahnt. Im Fokus der Debatte stand unter anderem die Schaffung eines einheitlichen Informationssystems für die Antragstellung sowie eine einheitliche Gebührenerhebung. Die Frage nach der Sicherung des Lebensunterhalts während der Qualifizierungsmaßnahmen und eine Diskussion um die Einstufung des Sprachniveaus der Antragstellerinnen und Antragsteller. Weiter wurde über die grundsätzlichen Voraussetzungen zur Aufnahme des Qualifikationsfeststellungsverfahrens beraten. In zwei Entschließungsanträgen von der Fraktion Die Linke wurde der Minister aufgefordert, ein verbindliches Konzept vorzulegen, wie Migrantinnen und Migranten, deren Abschlüsse keinen oder keinen unmittelbaren und adäquaten Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichten, über koordinierte und miteinander abgestimmte Maßnahmen eine vollständige Berufsanerkennung und damit Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten könnten. Weiterhin wurde der Minister aufgefordert zu prüfen, in welchen reglementierten Berufen eine vollständige Berufsanerkennung für den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt bereits mit dem Sprachniveau B1 in Kombination mit einer anschließenden verbindlichen und berufsbegleitenden Sprachqualifizierung möglich sei und wie dies konkret umgesetzt werden könne. Von Seiten der Fraktion Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen waren insgesamt fünf Änderungsanträge und zwei Entschließungsanträge beantragt worden. Keiner der Änderungen fand bei den Beratungen im Ausschuss eine Mehrheit. Abschließend hat der Bildungsausschuss den unveränderten Gesetzentwurf mehrheitlich angenommen. Die mitberatenden Ausschüsse haben ebenfalls mehrheitlich ohne Ausnahme die unveränderte Annahme des Gesetzes empfohlen. Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie nun, dem Gesetzentwurf in seiner unveränderten Fassung zuzustimmen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.